Und Joshua Abuakou, der geht natürlich ab wie die Feuerwehr hier, Peter Hürden hat in den Beinen, aber es ist ein großes Trainingsprogramm für einen, der talentiert ist, vierten Meter Hürdenläufer in Deutschland, die nun akzeptiert ist auch vom Bundesländer Volker Bechtel. Er verliert ja auch bei Ihnen. Bei der Idee einfach gut für uns. Joshua Abuakou, jetzt hier ganz klar vorne. Er wird Ihnen auch hier für die neue Zeichen. Wir schauen auf die Zeit. 34 nach 35 Uhr hier im Offiziellen. Und da ist Ihnen ein Meter Läufer vorbei.